Moin Moin und Hallo! Heute möchte ich gerne zeigen, wie an einem Opel Corsa E die Sitzeinstellung, Sitzposition, Lenkrad und Sicherheitsgurt vor dem Start der Fahrt eingestellt wird. Wir sitzen nun im Fahrzeug und können jetzt die Sitzeinstellungen und das Rückhaltesystem etc. durchgehen. Wenn wir auf der Beifahrersitze sitzen, dann gilt es, den Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten zu schieben und zwar weil das Airbagsystem geht ja auf im Falle eines Unfalls und wir müssen uns diesem Airbagsystem anpassen. Das heißt, wir müssen Sicherheitsabstände einhalten, damit das Zeug uns schützt und nicht uns verletzen wird. Wie machen wir das? Hier unten vorne erstmal die Längsverstellung ist hier unten ein Hebel, der führt von rechts nach links, in der Mitte nach vorne. Den können wir nach oben ziehen oder loslassen. Wenn wir loslassen, rastet der Sitz ein. Wenn wir nach oben ziehen, dann ist er frei wie ihr seht und wir können uns nach vorne und nach hinten einstellen. Und wenn wir dann die gewünschte Position erreicht haben auf dem Railsystem, loslassen. Schon sind wir eingestellt. So, das heißt also, wenn wir richtig sitzen wollen im Opel Corsa E mit dem Gesäß, möglichst weit Gesäß hinten an der Rückenlehne sind wir dran. So, der Abstand zwischen dem Sitz und den Pedalen ist auch wichtig. Motors aus, Kupplung, treten. Jetzt sollte in eurem Bein ein leichter Winkel sein, so wie hier jetzt. Wenn ihr zu weit hinten seid, können wir die Kupplung gar nicht mehr durchtreten, weil dann müsstet ihr so treten. Zu weit. Wenn wir zu weit vorne sind, dann ist der Abstand zum Airbag nicht gut und wir können nur so keine Kraft aufwenden. Das heißt, fahrt den Sitz zurück, bis ihr einen leichten Winkel habt und bis es natürlich auch angenehm für euch ist. So bekommt ihr den richtigen Abstand zu eurem Pedalen hin. Beim Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten. Die Höhe ist auch noch wichtig. Die Höhe ist einzustellen mit so einer Pumpe hier. Hier ist ein Hebel, den können wir nach oben pumpen, mit uns drauf. Wenn wir zu uns hinziehen, gehen wir nach oben. Wenn wir ihn wegdrücken, nach unten, dann werden wir nach unten bewegt. Seht ihr das? Pass auf, ich fahr mich mal runter. Das ist unten. Und jetzt halten wir eine Hand unter den Dachhimmel und wenn wir zwischen Dachhimmel und unserem Oberkopf eine Handbreite Platz haben, dann sollte das ausreichend sein. Wichtig aber dabei ist, dass ihr immer die Instrumententafel sehen könnt und aus den Fenstern gucken könnt, um dort das Geschehen, was draußen abgeht, zu beurteilen. Das heißt, hochpumpen für kleine Menschen, runterpumpen für größere Menschen. Schon habt ihr die richtige Sitzhöhe eingestellt. Jetzt Abstand zwischen Lenkrad und uns. Dazu benutzen wir auf der oberen Seite hier ein Drehmechanismus, ein Drehfront. Das ist so ein Knubbel, der hat Einbuchtungen und wenn wir den in diese Richtung drehen, also nach vorne drehen, kommt die Rückenlehne uns entgegen. Seht ihr das? Die kommt nach vorne. Jetzt können wir ganz gerade sitzen. Nur der Abstand hier muss auch eingehalten werden. Das heißt, wir brauchen hier auch wieder einen Winkel im Arm. Ergo lassen wir jetzt die Rückenlehne so weit nach hinten, in diese Richtung drehen, rückwärts, bis wir ungefähr gerade Arme rechts und links am Lenkrad haben. Diese Arme sollten aber nicht ausgestreckt sein, sondern ca. 25 Grad gewinkelt sein. Die Schultern sollten immer Kontakt zur Rückenlehne haben und dann 25 Grad hier als Winkel ungefähr und sich nach vorne, sich nach rechts, sich nach links und dann könnt ihr das Lenkrad mit Kontrolle bewegen. Ganz wichtig, nicht durchgestreckte Arme und auch nicht zu stark angewinkelte Arme. 25 Grad sind der Fuß. Weil diese 25 Grad sind dafür da, dass ihr den Winkel, das Ein- und Ausfedern benutzen könnt, um das Lenkrad zu drehen. Schultern immer an der Sitzlehne anschultern, gerade sitzen und rumfahren. Nice! Um das Lenkrad einzustellen, könnt ihr diesen Hebel nach unten zum Ausglocken benutzen und danach könnt ihr das Lenkrad nach oben und zu euch hin bewegen. Wenn es frei ist, könnt ihr ziehen und drücken. Ziehen, drücken, hoch, runter. So könnt ihr das machen und einstellen, dass ihr zum Beispiel zwischen dem Lenkrad auf die Armaturenbretter gucken könnt. Das heißt also, stellt euch ein, setzt euch hin. 25 Grad, haltet das Lenkrad rechts und links fest, gerade sitzen, alles checken, hier unten leichter Winkel, hier leichter Winkel. Wir sitzen gerade, der ist an der Rückenlehne dran und dann, wenn wir die richtige Einstellung haben, Instrumente seht ihr, rausgucken könnt ihr, dann zieht ihr den Hebel wieder an und das Lenkrad ist fest. So kriegen wir also die richtige Sitzposition hin. Yeah! Die Einstellung der Kopfstütze ist auch ungemein wichtig, wenn ihr nämlich in einem Unfall verwickelt werdet und dort Kräfte nach vorne und natürlich nach hinten wieder entstehen. Oder zur Seite ist es jetzt bei den Kopfstützen, die sind tatsächlich aber vorne und hinten. Und da wäre keine Kopfstütze, wenn ihr die abmachen würdet, dann würde euer Hals Schaden nehmen, dann würdet ihr ein Schleudertrauma erleiden. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die richtige Einstellung dieser Kopfstützen einhaltet. Ihr könnt die Kopfstützen nach oben und nach unten fahren, um sie dann zu nutzen. Dazu gibt es auf der linken Seite einen Knopf, wenn ihr den drückt, dann könnt ihr das Teil bewegen. Wir bewegen das Teil jetzt. Das ist die höchste Position, das ist die niedrigste. Jetzt wollen wir es einstellen auf uns. Wir setzen uns auf den Fahrersitz in unsere Position, halten wieder die Hand drüber, gerade und sehen dann, hier ist noch ein Abstand von ca. 5 cm. Jetzt drücken wir und fahren nach oben, bis wir einen geraden Abschluss zwischen unserem Oberkopf und der Kopfstütze gefunden haben. Das ist die richtige Einstellung, weil so schlagt ihr im Falle des Falles hier in der Mitte der Polsterung ein und werdet gebremst. Ganz wichtig. Des Weiteren müssen wir jetzt noch die richtige Höhe des Gurtes einstellen. Der Gurt wird, wenn ihr auf der Fahrerseite sitzt, mit dem rechten Arm geholt. Dann zieht ihr euch den Schließer hoch und fahrt ihn hier unten zum Schloss. Die Einstellung jetzt für eure Höhe könnt ihr hier hinten fabrizieren. Dazu einfach nach unten drücken und dann könnt ihr den Sitz des besagten Sicherheitssystems so einstellen, dass es euch passt. So, das ist zu niedrig. Ihr seht, hier ist mein Schultergelenk. Jetzt läuft dieser besagte Sicherheitsgurt da drüber. Keine gute Idee, weil im Falle eines Impacts würde hier ein Gurtstrafsystem anfangen und ich würde dann nicht so richtig gesichert sein und könnte hier rausdrehen mich. Das heißt, in meinem Fall, ich bin etwas größer, 1,80 m, müssen wir also wieder nach unten drücken und etwas nach oben ziehen. Jetzt sind wir ganz oben und er läuft hier vorbei. So werde ich dann durch das System schön gerade gestrafft durch den Beckengurt und durch den Gurt, der über meinen Torso führt, geschützt. Da ist ein Strafsystem drin, was es dann im Sitz hält, im Falle eines Unfalls. Es ist ganz wichtig, dass ihr das nicht zu hoch und nicht zu niedrig einstellt. Geben wir jetzt davon aus, ich wäre kleiner und das Ding würde hier oben hängen. Das würde mich dann strangulieren. Das heißt, es sollte wirklich von der Schulter rüber diagonal zum Schloss fahren. Der Beckengurt genauso über mein Becken unter der Wampe her. Wenn ihr zum Beispiel schwanger seid, packt die Wampe drüber. Weil wenn ihr die nämlich einklemmen würdet, wäre das nicht so angenehm für das noch nicht geborene Kind, glaube ich. Also lieber Wampe drüber, damit dann euer Becken den meisten Stoß abfangen kann. So, Sicherheitsgurt immer anlegen, sobald ihr den Motor startet. Gerade hinsetzen, die Winkel beeinträchtigen, immer hier Winkel. Sicht sollte gerade sein, Abstand zur Decke, eine Handbreit, gerade Abschluss hier hinten. Und so könnt ihr sicher und bequem durch den Straßenverkehr euch bewegen. Es ist halt wichtig, hier einen Abstand zum den Airbag-System einzuhalten. Ansonsten habt ihr ein Problem. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!